Musik Wie John erwartet ist, hat er sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Hat aber nicht gewusst was. Er ist liegen geblieben, hat runtergehalten und hat sich das erste Mal auf seine Empfindungen konzentriert. Für den Anfang ist er nicht auf seinen gewähnten Matratzen gelegen, desto ist hart und uneweig Sinn. Dann hat sich seiner Körbe ganz anders angefühlt. Überhaupt hat ihm nur eine Nacht auf einem so festen Boden alle genommen so den Wehmau. Aber nein, er hat so ausgesehen, als hätte seiner Körbe die Probe gut überstanden. Er hat sich kleiner, leichter, schmaler gefehlt. Er hat Gebüschme gekriegt. Der Wambumm, wie er seit 50 Jahren geschleppt hat, ist nämlich da gewesen. Überhaupt hat er seine Haut enger am Kehver gefehlt. Fester, strammer und heilige Mütter Gottes. Das ist der Hammer gesehen. Auf seinem Brustkorb hat er zwei unbekannte Gewichte gespeiert. Brist. Hier drauf hat seine Rästhand wie den Blitz seiner Unterleib willen greifen und, ja, du hast es geraten, nichts gefunden. Oder doch, aber nicht zu gewähnten. Sein Bambelgeschirr, wie er 80 Jahre durch den Stick und Din begleitet hat, er weg, verschwunden. Jetzt hat er es nämlich ausgehalten. Wie der Teufel aus dem Weihwasser ist er aufgesessen und hat um sich herum gelohnt. Den Weltuntergang hat für den Jun nicht anders gesehen. Die Haut und seine Hände und seine Arme ist dunkel gewesen. Brünn wie Maronen. Ravenschwarze Haare sind im Biss auf die Achseln gehalten und dann die Umgebung. Hat mir das ein Zimmer gegeben in der Nähe? In der Bruchbeutung? Eine verroste Bläschbix von etwa 10 Quadratmetern? Ja, nun der Dreck nur einmal. Was hat das jetzt zu Bedeutung gehabt? Im Halbdunkel hat er die Blitze hier geschnitten. Es hat ihm fast den Oden verschlafen. Aber nein, das war kein Mann. Nein, das war keine Kinder. Drei an der Zahl. Alle auf die Zelle bestrohmet wie er. Da sind sie ruhig gelohnt auf dem harten Boden und haben geschlafen. Er ist sitzen geblieben und hat sie viel betrachtet. Und dann ist das kleinste verwacht. Hat sich gestreckt und ist sofort im Schoen auf der Gehre gegrottelt. So ein kleines, halb nachts verrutztes Ding. Wie alt hätte es keinen Sinn? Zwei, drei Jahre? Mama hat es lässlich gesagt. Hat im Schoens Hemd in Tee gelipft, seine Brust genommen und anfangen zu sagen. In seinem Kopf ist er eine Achterbahn gefahren. Er hat ja buchstäblich nicht mehr gewusst, ob er ein Mädel oder ein Weibel ist. Aber komisch. Seine Körwache, seine neue Körwache, ist ganz ruhig geblieben. Wie wenn sie das schon ein Leben lang gemacht hätten, haben sie die Arme das Kind gegen sich gedrückt. Und die Ruhe in den Gliedern hat gewirkt. Nach und nach hat sie seine Schädel erreicht und durch eine innere Heiterkeit verbreitet, wie er sie vorher noch nie erlebt hätte. Die zwei Grossen sind auch verstanden. Ohne eine Wucht hat sie zuerst John umarmt und dann hat jeder seinen Teil vom Haushalt gemacht. Der Griechst hat den Ries unserer Lade ausgeholt und auf einem winzigen Gaskocher, wie er uns gesehen hat, wie wenn er den ersten Weltkrieg überlebt hätte, einen Tupf voll Wasser gestillt. Der Zweite hat den Tisch auf eine alte Kiste gedickt. Der John hat auch Hunger geriet und reflexartig Tante nach der Schelle gestrickt. Jetzt ist die Zeit gewesen, wo ihm seiner Diener, Alistair, das Moyen-Essen im Bett serviert hat, mit Kaffee, Konfitur, Toast, Wurst und Ei. Diese Schelle hat er jetzt lange gesucht. Auf dem nächsten Schock hat er sich vorbereitet und ich, wie er nun ist, nicht enttäuscht wurde. Links und rechts auf beiden Seiten einer endlosen Gasse ein Elendshiesel nach dem anderen. Kein Raum dazwischen, keine Luft, ein ruhiger, gegeliger Bote, da und dort ein Wasserloch, wo Kinder drinnen gespielt haben und ganz weit im Hintergrund, da wie jetzt die Sonne aufgegangen ist, eine ganze Riefe, die wohlgekratzt hat. Ungemenschelt hat es. Uns überall sind sie hergekommen und gegangen. Bauchfies und in Lumpen, der allermeisten, dass du dich gefreut hast, was sie alles treiben. Manchmal haben zwei Kolde, ein paar Wirtern gewechselt, schnell in etwas unter dem Hemd getäuscht und weitergegangen, wie wenn nichts wäre. All die sind vor Irritären sitzen geblieben und haben geraucht, aber keine Zigaretten in unserem Laden, unter so selbstgedrollte Giftnügel. der John hat sich nicht zertflogen können. Plötzlich hat es unserer Nebengasse ein Hallo-Driagent. Drei junge Frauen in hellblühen Uniform und von ihren Schorkindern umgehend sind aufgetaucht. Die Drei von John haben ihn verschmutzt, sind in den Söhnen gerannt und mit ihm verschwunden. Da hat er einen Stich ins Herz gespürt. Nicht, weil sie fort sind. Er hat gewusst, hier oben kann er sie in die Arme schön wieder abholen, aber weil die Selbstverständlichkeit, mit der da alles vor sich gegangen ist. Alles hat sich gefehlt, alles hat es für normal gehalten, was er als blanker, hirnwediger Wahnsinn empfunden hat. Kaum hat er sich erholt, ist ein junges Mädel vor ihm gestanden und hat gefreut, Guten Morgen, mein Junge, was ist, wählen wir? Und er hat gewusst, Mayumi ist seiner Name und dort Bescheidenheit beteilt. Tala hat es andere geheissen, glänzender Stern. Und miteinander sind sie die drei Kilometer bis in die Fabrik drowettelt. Eine riesige Anlage ist es gesehen, eine Mür mit Stacheldruck drumherum. Für nichts zu gehen haben sie mich an einem Kontrollpunkt durch und drinnen sind sie mit hunderten anderen vor der Maschine gesessen und haben Spurzschön zusammengeneht, hunderte und noch mehr am Tag, zwölf Stunden lang. Natürlich hat sich der John sofort überlegt, wie er aus dem Schlamassel herauskommen kann. An Erfahrung hat es mir nicht gefehlt. Er ist im Bruns aufgewachsen, in einer Zeit, in einer Zeit, in einer Zeit, in der die Ellenböhe und von der Staatskasse. Oder du hast dir einen Revolver mit besorgen und in der anderen Zeit, dass du derjenige bist, wie er am besten benutzen kann. Aber der John hat in seiner Jugend beides gemacht. Den Revolver hat er aber nicht lange gebraucht, nur drei haben daran geglaubt. Geschwind ist er gross genug Sinn, für eine andere Drecksarbeit übernehmen. Er hätte sich dann noch besser auf die Böschhaltung konzentrieren können. Der Rest ist dann nur noch ein raketartiger Schuss in die Tee gesehen, senkreischt bis in die höchste Sphäre. Nach oben, so geradlinisch ist seine Karriere vielleicht doch nicht Sinn. Ein paar Winkel und Rückschläge hätte es schon gerne, aber alles in allem ein Lebenslauf, wie es sich hätte sein sollen. Aber diesmal war alles anders. Die Dreglanen, Kasper, Hamu und Ria, kann sie heissen, sind ihm im Handumdrehen ans Herz gewachsen. Ein vollständig unbekanntes Gefühl für den John, ob es nie erlebt ist. Durch das Feuer wäre der Füße gegangen, durch die Helle und noch viel Schlimmeres. Aber nicht mit dem Revolver. Und auch nicht als Böschholder. Etwas anderes hätte man hören. Aber was? Am Ende der ersten Woche hat er seine Hände vor Leuten blotern, nämlich gesehen und dafür einen Hungerlohn bezahlt. Davon hat er gleich die Hälfte in einem Band von jungen Hübsern mit Abgeben, wie es ein Viertel terrorisiert hat. Früher hat er einmal mit den Fingern geschnipst und schon und schon wird der Chef in der Hützern gelangt mit Eiseklumpen an den Füßen. Aber jetzt hat er selber müssen erfahren, dass eine Frau in so einer Männerwelt keine Chance hat. Der Mond da drauf, wie er wieder mit dem Thala auf die Arbeit ist gegangen, steht auf einmal seine Frau am Weg und glotzt ihn an, wie wenn sie der heilig Drehfreundlichkeit getroffen hat. Mensch, John, endlich habe ich dich wieder gefunden. Im John währt Kinnloth fast auf den Boden geht. Schönen, hat er ganz verdattert gestodert. Ja, aber wie um alles in der Welt hast du mich jetzt erkennt? Ja, aber John, weisst du nicht Bescheid? Nein, was soll ich denn wissen? John hat gerietert am ganzen Kirchwerk. Jenny hat grosse Anwäge gemacht und kaum treue reden. Aber dann hat es doch er uns gebraucht. Ja, John, wir sind tot. Weisst du denn das nicht? Tot? Was erzählst du denn hier? Ja, tot. Erinnerst dich nicht? Wir sind auf der Terrasse gesessen und gemäldig zum Morgen gegessen. Und dann ist die Welt gekommen. Zuerst hat sie ganz harmlos uns gesehen. Wir interessiert zu Leuten und blödli ist zu spät gewesen. Der Tsunami hat uns erreicht und fortgeschwemmt. Da ist nichts mehr zu machen. Wie wir direkt am Strand sind, haben wir zu der Ersten gehört, wie versoffen sind. Wie Jenny das erzählt hat, sind ihm verschwommene Bilder reingekommen. Aber weiss, hat sie gleich wieder erzählt, das ist gar nicht so schlimm mit dem sterben. Da ändert sich gar nichts. Es ist alles wie früher. Nur für dich hat ein Problem gegeben, weil deine Leiche auf Kilometer geschleift ist, bis in so ein elends Viertel. Dann ist etwas falsch gelaufen, ein Fehler im Computer, was weiss ist und du bist letzt orientiert . Im John seinem Kopf hat sich alles gedreht. Er hat gern im Talat genommen, aber die auf sie gewartet und wer zu spät ist gekommen hat den Straf gerät und Jenny hat alles wieder geboppelt. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Jetzt ist alles wieder geht, aber wir meinen kich fort. Heute ist die Versammlung der Aktionärer da müssen wir unbedingt dabei sein. Schon hat es ihn am Ärmel gepackt und gesagt. John hat gar nicht reagiert. Wie schlafwandler hat er sich feiern und komisch ritt sind sie gar nicht da gesein. Sie sind durch den Gongel gelaufen und John ist sich auf einmal gräser und schwerer vorkommen. Seine mellische Brust ist verschwunden und der Hamburger Busch ist wieder da gesein. Jetzt hat er wieder seine majestätische greise Gestalt gehabt. Am Ende des Tunnels sind sie blitzig gesessen. Jetzt hat er das Inneren von seinem Lieblingswaden erkennt seiner alte Lincoln Continental. Eine Hand mit einem weissen Handschuh hat den Tee aufgemacht. Er ist ausgestiegen und auf einem roten Teppi gestanden. Ein Blick in Tee 400 Meter hoch 102 Stück Werk Bultmann Spatz Building Seine Bank. Er war angekommen. In Wirklichkeit ist es nämlich vollständig seine Bank gesehen. Die alten Besitzer sind wieder in die Chefetage geguckt. Die Kerle wäre früher nicht gehalten für selber beigepost zu wären. Das Genie ist neben einem gedibelt. Du musst ihn in der Treffel gar schlau bringen. Noch ist wieder alles wie früher. Die riesige Lobby aus Edelstahl und Glas Ninn. Der durchsichtige Lift mit dem Boy wie sie verbett und sie bis in den vorletzten Stock fährt. Alles wie wenn es Gäste wäre gewesen. Am Büro vor dem Konferenzraum ist wieder die Sekretärin von Zellentürs gesessen. Wie hätt denn die wieder geheissen? Sind sie schon alle da mein Zerberus? Hat Jenny gefreut. Ja sie sind schon alle drinnen gesein und habe nur noch auf John gewartet für los zu schießen. Ein paar Minuten später sind sie alle um den Grosstisch gesessen. Eben 20 Leute. Im grossen Ganzen dieselben Kipf wie früher. Der Schreiber von dieser Sitzung ging die Tagesordnung durch. Alle haben still geheert, den Blick in ihre Papierer oder in Tapete verteid. Ab und haben sich die Hände geliebt zum Wählen. Das sogenannte Budget für die Regierungs Zuschuss ist wie jedes Jahr gebilligt worden. Das Geld wie die Bank in Präsidenten, Minister und Parlamentarier in USA, Europa und in aller Welt bezahlt hat für uns die Interessen von Bouldmann Spatz in Gesetzer und die Grede umsetzen. Das war alles Routinearbeit. Aber das Genie hat in ihrem Sessel wie auf Koffe und Nodeln geguckt, denn John hat systematisch und als einziger die Hand geliebt, wenn es geheissen hat, wer ist der gehe. Natürlich hat es nichts geändert. Mit 32% der Aktie hat John alle will auch 60% gesichert. Aber er ist stuf geblieben und das Genie hat als öfters und nervöser die Bahn gegritzt. Einmal links, einmal rechts und wieder links. Noch eine halbe Stunde hat es endlich Leben in der Bütig gegeben, wie das jüngste Mitglied des Verwaltungsrats aufgestanden ist, für einen Furchtrag über die Republik von mehr nach zu halten. Der Präsident des Landes, Raphael Libertat, wie bei Bultmann Spatz nur der Halung geheißen, wurde mit dem verdammten freien Wahlsystem wieder gewählt. Weil ihm hat die Bank vier Jahre vorher das gesamte Erdellgeschäft von Mehrsavenana verloren geteilt. Zelle Dürs ist der Finanzdirektor Trausers persönlich auf Hastasie Embras, die Hauptstadt von Mehrsavenana geflogen, für ihm Libertat das doppelte Anze Bede von dem, was seine Vorgänger verdient hat. Aber bei dem Kerl ist Rupfen und Molz verloren gesinnt. Und der Trausers ist mit den abgesehenen Hosen wieder zurückgezutelt. Der Verbrecher von Libertat hat mit dem Geld Erd 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 Preise von den wichtigsten Nahrungsmitteln auf ein Minimum gesenkt. Schöler, Spitäler und Universitäten für alle Gebäude. Ein gefährliches Beispiel für den Rest der Welt. Eine potenzielle Katastrophe für 20 Personen, wie ein paar Milliarden Dollar Sackgeld dabei verlieren hat den Kinder. Jetzt wurde fieberhaft debattiert, wie immer am Piste der Libertat der Feind von der Demokratie aus der Welt schaffen Kind. Teil sind für eine einfache Entsorgung à la Patrice Lumumba Xen. Entfernen, abknollen, in Stücke schneiden und verbrennen. Andere sind für einen Putsch auf chilenischen Ort, Pinochet Jade mit Polizeistadt und freies Abschieße von der Opposition. Die Götelit sind sich noch nicht ganz einig gesehen über die Art, wie sie den Mann am Biste umbringen kann. Da ist John ein Russ geplatzt. Und wie wäre es, wenn wir einfach mit Libertat schaffen hätten? Der wäre doch sicher froh, liegt wie wir auf seiner Seite haben. Wir würden seine Politik unterstützen und wären seine ersten Partner in allen Gelernheiten. Natürlich würden wir weniger dabei verdienen, aber dafür hätten wir die Freundschaft von ganzen Folie gewonnen. Ein sicheres und properes Geschäft. Da ist auf einmal so still im Konferenzraum geworden, dass ein Guff auf einen Däpi hat hergekommen. Jede Sekunde hat sich in die Länge gezogen, bis Jenny die Stille endlich unterbrochen hat. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Pause. Ich kann ein Gläser Champagner und ein Belluga verdraben. Ich schlafe vor, wir machen eine Stunde weiter. Zwei Minuten später ist John an seinem Büro gesessen und Jenny hat die Levite gelesen. Ja, bist du von allen Geistern verloren? Will du jetzt alles verlieren? Und von was sollen wir leben? Wir haben jahrelang gearbeitet für das zu erreichen. Und was liegt dazu? Und wie stellst du dir das vor? Und 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 John hat eine Wortschwall auf sich ergehen und hat den Herrn vom Telefon geschnappt und ein Nummero getippt. Alistair? Ja, ich bin es. Nehmen ein Stegel Papier und schreiben auf. Ihr richtet mir jetzt eine grosse Plastik Tut. Keine aber solide. Hier machen noch ein Kilo Pudermelis, ein Kilo Dichobst, was weiss ich, Aprikose und Dottel, drei Kilo Risse, ja. Und dann gehen ihr noch in einen Campingladen und kaufen mir ein Filtersystem für Trinkwasser zu machen. Ja, das wäre es. Halt, bringen nur einen Gaskocher, aber einfach, wie es aushalten kann. Sofort, ja. Dann bringen ihr alles so schnell wie Mehl hierher. Merci. Jenny hat das Müll gar nicht mit Züge gered. Was soll denn das jetzt bedeuten, hat es endlich er gered, wie er längst aufgehängt hätte. John hat sich in seinem Sessel zurück gelehnt und und hat seine Frau betracht. Du möchtest mich entschuldigen, Jenny. Für einen kurzen Moment habe ich mich selbst mit einer Illusion verblendet. Aber es macht nichts. Ich weiss wieder Bescheid. Was weiss? Wir sind gestorben und entheil gelandet. Ich mache aber nicht mit. Du lässt mich fallen? Es hätte geheissen bis der Tod uns scheidet. Wir sind beide tot, also sind wir frei. Wie kannst du nur so mit mir reden? Von jetzt ab hat er gemacht, wie wenn es nicht hier wäre. Ist aufgestanden und gegangen. Ich müsse eine Lesung finden, eine andere Weg, hat er vor sich gemurmelt. Unten in Lobby ist der Alistair schon mit der Dutt gestanden. Ein fixer Kerl. Mit ihm hast du nicht nachgelassen, ob alles drin ist. Drüssen war ein Bullenhitze. Du hast kaum konnte schnaufen. Doch wie die Mitte des roten Debi erreicht hat, ist ihm schon leichter vorgekommen. Seine Büsche ist schon weg. Am Ende Debi hat er wieder Mayumi geheissen und in dem komischen Gang verschwunden. Das Genie hätte gesicht gemacht, wie wenn Tener ihres Brote weggefressen hätte. Unendlich einsam hätte sie sich gefehlt im hundertsten Stockwerk vom Bullenmann Spatz Building. aff Geld